So, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Multiplayer-Runde. Wir spielen heute Battlefield 4 und zwar den Modus Team Deathmatch, was soll's anderes sein. Und ich hoffe, ihr merkt es auch, denn ich habe jetzt endlich ein neues Mikrofon und dachte ich mir, ja, wenn du es eh noch testen möchtest, bevor du mit dem richtigen Let's Play weitermachst, dann kannst du es hier gleich mit einer Aufnahme verbinden und dann mal sehen, was sich so daraus zaubern lässt. Ich muss zugeben, dass es jetzt auch schon meine dritte Aufnahme ist. Einfach, weil ich weiß nicht, wieso, aber es ist nicht ganz koscher mit dem Spiel. Okay, einen habe ich erwischt, einen habe ich erwischt, das ist super. Ne, das ist jetzt schon meine dritte Aufnahme, weil davor ging irgendwie alles schief. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ich habe mich da irgendwie bewegt und dann bin ich irgendwie noch weiter nach vorne gegangen, obwohl ich den Knopf schon längst von der, äh, den Finger schon längst von der W-Taste weggenommen hatte. Ähm, ich dachte erst, es liegt vielleicht daran, dass ich aufnehme und habe die Aufnahme jetzt unterbrochen. Aber es lag anscheinend auch wirklich ein bisschen am Spiel und ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen eingerenkt hat. Denn, ähm, wie bereits gesagt, das soll wirklich nur ein letzter Test sein. Ich will, ähm, gucken, was ich alles aus diesem neuen Mikro raushauen kann. Und, ähm, ja, es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob einige von euch Comedy Central schauen, aber, ähm, es gibt ja, gab's ja diesen Hashtag von wegen, äh, halbe Weihnachten oder halb Weihnachten. Und es ist ja wirklich so, dass wir schon sechs Monate wieder Weihnachten haben. Und, ähm, ja, als dann heute die, als dann heute die beiden letzten Pakete angekommen sind, war es für mich auch wirklich, äh, lass mich durch, war es für mich dann auch wirklich schon so wie Weihnachten. Und, ähm, ja, ich habe dann auch spontan noch so ein, kriege ich hier noch? Nein. Ich habe dann spontan noch so ein kleines Unboxing gestartet. Oh Gott, ich treffe ihn nicht. Wie peinlich. Und, ähm, ja, äh, das, das ist wirklich sehr unseriös geworden, das Boxing, äh, das Unboxing, das tut mir schon fast leid. Ich muss auch überlegen, ob ich es wirklich hochladen werde oder nicht. Ich muss erst mal gucken, was ich da, äh, zusammenschneiden lässt. Und, ähm, ich will die Aufnahme auch wirklich nicht lange machen. Ähm, vor allem, äh, weil auch heute Deutschland gegen die USA spielt. Ähm, und das werde ich natürlich nicht entgehen. Das werde ich auf jeden Fall anschauen. Ach, komm schon. Ja, da. So. Ich habe ziemlich schlecht getroffen. Was war das denn? Wer kommt? Ich habe Angst, dass er von dort kommt. Alter, lass mich hoch. Äh. Oh Gott, ich habe Angst, dass er irgendwo da ist. Oh, oh nein. Verdammt. Ich wollte so an der Nase kratzen. So, und weiter geht's. Ähm. Musst ja noch echt gucken, ob ich jetzt nah genug am, äh, Mikrofon bin oder nicht. Aber ich habe auch schon so eine kurze Aufnahme, ähm, so einen Aufnahmetest gemacht. Also in der Art, dass ich dann einfach nur einen Satz vorgelesen habe. Ach, komm schon. Ja. Toll. Und ich kriege keine Punkte. Das ist mir zu blöd. Kusche, 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 kusche. Das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Ja, danke. Boah, das hat aber auch gedauert. Ähm. Ähm, ich bin aber froh, dass das Spiel jetzt wieder läuft. Ich weiß nicht, was vorhin los war. Also ich habe, ähm, daraufhin dann erstmal, ähm, ähm, Battlefield ausgemacht, Origin ausgemacht und, ähm, ja, nochmal mich nochmal neu angemeldet. Und ich hoffe, dass jetzt... Alter, was macht ihr denn mit den Körpern hier? Und ja, ich hoffe, dass jetzt alles, ähm, sehr viel besser läuft. So. Du bist auch da und man hört schon die Musik. Ich weiß aber gar nicht, äh, welches Team von uns am Gewinn ist und welches nicht. Ähm, kurzer Blick. Oh, wir sind am Verlieren, aber wenigstens nicht, ähm, sehr doll am Verlieren. Also wir verlieren nicht hochhaus, wie ich es früher mal genannt habe. Keine Ahnung. Warum ich es immer so gesagt habe. Ähm, nein, wir verlieren nicht hochhaus. Das klingt wie schlechtes Deutsch. Gehst du doch. Ey, was ist denn hier los? Okay, und wir haben nicht gewonnen. Ähm, ja, sieben, äh, Kills haben uns noch gefehlt. Ähm, die Runde hat jetzt acht Minuten gedauert. Ich glaube, ähm, ja, eine kleine Runde können wir noch spielen und dann beende ich die Aufnahme auch schon. Und, ähm, ja, mich würde zwar interessieren, ähm, wie euch denn die, ähm, 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 die, jetzige, jetzige Soundqualität gefällt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es sehr viel besser ist als, ähm, von dem kleinen, ja, Mini-Teil, was ich da hatte. Und ich habe das auch schon gemerkt, als ich dann, äh, mit der Aufnahme begonnen habe und dann eben ganz kurz so ein, zwei Sätze, ja, für mich vorgelesen habe, um zu gucken, äh, wie so der Vergleich ist. Und allein schon bevor ich überhaupt irgendwas daran verändert habe, also wirklich die Rohdatei, ohne irgendwie, ähm, da was mit dem Equalizer noch gemacht zu haben. Wow. Also, äh, ich bin echt ziemlich froh, dass ich, ähm, mich gewagt habe, ähm, mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen und dieses Mikrofon zu bestellen. Und, ja, wie bereits gesagt, also ein Unboxing habe ich gedreht. Ähm, ich schnippel das dann, ähm, gleich zusammen, weil ich habe mich eigentlich sofort an das Testvideo herangesetzt. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann so laufen wird. Und, ähm, ja, ähm, achso, ich wollte mich dann nochmal kurz entschuldigen. Oh, die Fraps, äh, die Fraps, die Frames sind bei 9, alles klar. Ähm, hier wollte ich mich nochmal kurz entschuldigen, dass das mit dem ganzen Programm jetzt doch nicht gleich, ähm, so abgelaufen ist, wie ich versprochen hatte. Also, von wegen, ja, nächste Woche geht's da los, dann kommt Montag das und Freitag das. Ähm, weil ich ehrlich gesagt gedacht hätte, dass das schneller gehen würde, mit dem Mikrofon, aber am Ende, ähm, hat es dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Und dann gab's ja noch die mündliche Prüfung, dann sind noch andere Dinge dazwischen gekommen, sodass sich dann alles ein bisschen hinausgezögert hat. Aber jetzt kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass ich das Programm durchsetzen kann. Jetzt ist auf jeden Fall, ähm, alles im guten Bereich. Und, ähm, ja, ähm, am Montag wird dann, wird es dann endlich weitergehen mit Serena. Das werde ich dann wahrscheinlich übermorgen aufnehmen, weil ich morgen wieder keine Zeit habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin so busy. So busy, busy. Her name is Lizzy and she's so busy. Hattet ihr den Song auch? Wir hatten den damals in der Grundschule. Schreibt's mir in die Kommentare, nein. Ähm, so. Oh, und wir wurden aus dem Spiel rausgekickt. Sehr schön. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, dass wir es dann doch lieber lassen. Und, ähm, ja. Game disconnected, you are kicked by... Was? Achso, vielleicht hatte ich eine zu hohe Ping. Ah, das kann sein. Wahrscheinlich wegen, ähm, Dings. Ich glaube, wegen der Aufnahme war mein PC zusätzlich noch unter Stress. Na gut, dann, ähm, beenden wir jetzt schon wieder diese Aufnahme. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns. Äh, frühestens. Oder eher, ja doch, oder? Na, wir sehen uns dann, ähm, irgendwann im nächsten Video. Vielleicht am Montag. Vielleicht kommt auch vorher noch eins. Ich hab ja auch noch das Nintendo-Video und die Outtakes. Also es kommen auf jeden Fall noch genügend Videos in den nächsten Tagen. Ja, und dann, ähm, bin ich froh, dass wir das Programm jetzt durchsetzen können. Und dann sehen wir uns demnächst. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!